Moin Leute, ein großer Teil meiner Arbeit für YouTube besteht im Schreiben von Skripten und Schneiden von Videos. Und das mache ich alles in meinem neuen Arbeitszimmer. Ich nehme euch heute also mal mit, denn da hat sich seit dem Einzug einiges verändert. Zeit euch also mal ein detailliertes Video über mein Schreibtisch-Setup zu geben. Viel Spaß! Das Arbeitszimmer ist mit Abstand der kleinste Raum in der Wohnung mit gerade mal 8,5 Quadratmetern. Hier ein vernünftiges Arbeitszimmer unterzubringen, war eine kleine Herausforderung. Für genügend Stauraum sorgt ein großer Ikea-Schrank, in dem auch der Großteil meines Video-Equipments untergebracht ist. Darauf möchte ich in diesem Video aber nicht zu genau eingehen. Widmen wir uns lieber der Wand mit dem Schreibtisch. Diese habe ich in Grau gestrichen, welches nahezu der gleiche Grauton ist wie auch die Ikea-Fronten. In erster Linie sollte es aber ein neutrales Grau sein, damit meine Augen bei der Farbkorrektur von Videos auch neutral bleiben. Wenn die Wand jetzt zum Beispiel leicht blau gewesen wäre, dann würden meine Augen das Blau versuchen zu kompensieren und im Umkehrschluss wäre meine Farbkorrektur leicht orange. Abgesehen davon gefällt mir die dunkle Wandfarbe ziemlich gut und lässt den Raum auch ruhiger wirken. Die Schränke über dem Schreibtisch sorgen zum einen für praktischen Stauraum, darin befinden sich meist die Verpackungen von aktuellen Testgeräten. Zum anderen rahmen die Schränke den Schreibtisch etwas ein, was bei mir dazu führt, dass ich mich besser auf die Bildschirme fokussieren kann. Jetzt aber zum Schreibtisch. Der ist Marke Eigenbau, 2,73 Meter lang und genau auf die Wandlänge abgestimmt. Dadurch finden gleich zwei Arbeitsplätze hier ihr Zuhause. Die Platte habe ich fertig im Internet bestellt, in einem dunkelgrauen Holzdekor. Auch wenn es kein Echtholzfurnier ist, sieht die Platte dennoch gut aus und ist leicht zu reinigen. Damit sich der Schreibtisch auf die Länge nicht durchbiegt, hat die Platte eine Dicke von 38 Millimetern und hat insgesamt sechs Tischbeine spendiert bekommen. Übrigens habe ich fast alle Produkte in diesem Video hier in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr also etwas nachkaufen wollt, dann schaut da gerne vorbei. Mittelfristig würde ich die Tischbeine aber lieber gegen ein höhenverstellbares Gestell austauschen. Das ist gesünder und gerade bei langen Schnittsessions auch wirklich angenehm. Da muss ich aber einfach nochmal schauen, was es überhaupt für Tischgestelle in dieser Größe gibt. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und meine Lautsprecher, die müssten dann auch irgendwie anders positioniert werden. Die würden nämlich ansonsten an die Wandregale oben dran stoßen. Wenn ihr also eine Idee habt, immer her damit. So bleibt mir momentan nur mein Schreibtischstuhl. Der ist von der Ergonomie her aber ganz gut. Lediglich verdrehbare Armlehnen würde ich mir beim nächsten Mal zulegen. Kabelmanagement finde ich für ein ordentliches Setup extrem wichtig. Deshalb habe ich auf der Unterseite des Tisches Vertratungskanäle angebracht. Die bieten deutlich mehr Platz als normale Kabelkanäle und man kann einzelne Clips herausbrechen, um Kabel durchzuführen. So sieht alles clean und ordentlich aus. Und jetzt kommen wir zum Herzstück des Setups und das ist mein neuer Laptop. Denn vorher habe ich auf einen selbstgebauten PC gesetzt mit Ryzen 5950X, 64 GB RAM und einer GTX 1660. Die Grafikkarte wollte ich eigentlich austauschen, aber dann kam Apple und hat den Rechner quasi obsolet gemacht. Denn beim Videoschnitt sind die neuen MacBook Pros mit M1 Pro und M1 Max Prozessor den meisten Videoschnitt PCs einfach deutlich überlegen. In meinem Fall habe ich mich für das 16 Zoll MacBook Pro entschieden in der maximalen Konfiguration, sprich M1 Max Prozessor, 64 GB RAM und 1 TB Speicher. Der Grund dafür? Meine Kamera nimmt in 6K RAW auf und je höher die Auflösung, desto mehr RAM sollte die Grafikkarte haben. Ich schneide meine Videos mit DaVinci Resolve und hier läuft alles in höchster Auflösung super flüssig. Nur bei der Rauschreduzierung oder beim Arbeiten mit Fusion Elementen kommt es zum Ruckeln. Mit 4300 Euro ist das sicherlich kein Schnäppchen, aber, und ich traue mich das jetzt fast nicht zu sagen, dafür, dass ich unterwegs schneiden kann und für die gebotene Leistung, geht der Preis wirklich in Ordnung. Lediglich die Speicherupgrades sind wirklich unverschämt teuer, weshalb ich auch auf eine externe M2 SSD mit 4 TB und Thunderbolt 4 setze. Fertige Projekte landen bei mir auf HDDs, die ich über ein Dock anschließe. Um das MacBook besser stationär nutzen zu können, habe ich mir noch eine höhenverstellbare Halterung gekauft. Damit kann ich das hervorragende Display auch auf Augenhöhe nutzen. Angeschlossen wird das MacBook dann über ein einziges Thunderbolt 4 Kabel an dem Carl Digit TS4 Dock. Carl Digit hat mir das Dock zum Testen zur Verfügung gestellt, deswegen muss ich diesen Part hier auch als Werbung kennzeichnen, aber Carl Digit hat mir keine Vorlagen gemacht und ich kann sagen, was ich möchte. Das Dock ist sehr praktisch. Ich kann meine beiden Monitore, die Lautsprecher, weitere Festplatten und SD-Karten anschließen und das über ein einziges Kabel. Gleichzeitig wird das MacBook mit 98 Watt aufgeladen. Alle USB-A- oder USB-C Anschlüsse sind mit 10 GB Datenübertragung ausgestattet. Zudem gibt es zwei weitere Thunderbolt 4 Anschlüsse mit 40 GB. Die können für Monitore oder auch für meine 4 TB SSD genutzt werden. Besonders gut gefällt mir auch das Port Layout auf der Vorderseite. Hier kann ich schnell einfach meine SD-Karte anschließen oder weitere Geräte per USB. Über einen Port kann ich auch mit 20 Watt mein Smartphone aufladen. Das Netzteil fiept bei meinem Setup übrigens nicht. Doch ganz perfekt ist das Dock auch nicht. Im Ruhemodus stürzt mein MacBook gelegentlich ab, wenn ich es am Dock angeschlossen habe. Und wenn ich meine HDD auf der Rückseite anschließe, dann ist die erheblich langsamer, als wenn ich die auf der Vorderseite anschließe. Warum das so ist, kann ich leider nicht sagen. Wenn euch übrigens ein vollständiges Review zum TS4-Doc interessiert, dann lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Als Maus verwende ich die MX3 Master von Logitech. Die Maus liegt sehr angenehm in der Hand und es gibt zusätzliche Tasten, die frei belegt werden können. Besonders der Videoschnitt geht durch die zusätzlichen Tasten deutlich schneller. Passend zur Maus habe ich mir die MX Keys zugelegt, ebenfalls von Logitech. Vorher habe ich eine mechanische Tastatur von Corsair benutzt, vor allem wegen der vielen Makro-Tasten und weil ich damals noch am PC gezockt habe. Da ich aber einen kürzeren Druckpunkt und eine schlichtere Tastatur haben wollte, ist meine Wahl dann auf die MX Keys gefallen. Alle, die das Tippen auf dem MacBook mögen, werden diese Tastatur lieben. Mein Hauptmonitor ist ein 27 Zoll IPS-Display von LG mit einer UHD-Auflösung. Der ist an einem Monitorarm befestigt, um für zusätzlichen Stauraum unter dem Monitor zu sorgen. Das Display habe ich farbkalibriert und insgesamt bin ich damit zufrieden. Wahrscheinlich werde ich in Zukunft aber auf einen LG Ultra Wide Monitor wechseln oder eben auf zwei Ultra Fine von LG. Da bin ich mir aber noch etwas unschlüssig. Wenn ihr da Empfehlungen habt, dann lasst mich das gerne wissen. So oder so werde ich auf jeden Fall den zweiten Monitor von Samsung ersetzen. Das ist ein Samsung Full HD Monitor mit 24 Zoll. Weder die Farben noch der Schwarzwert oder die Blickwinkel sind gut. Aber das Display hat nun auch schon 10 Jahre auf dem Buckel, da kann ich den auch einfach mal austauschen. Zum Abmischen meiner Videos setze ich auf die ADAM-T5-V-Abhörmonitore. Abgesehen vom etwas nervigen Eigenrauschen sind die in der Preisklasse aber wirklich gut. Optimal sind die zwar nicht positioniert, das liegt aber an meinem breiten Monitor-Setup. Angeschlossen sind die Boxen an dem Sapphire 6 USB-Interface. Das möchte ich aber auch upgraden, da die Boxen regelmäßig knacken, wenn mein MacBook angeschlossen und zugeklappt ist. Wahrscheinlich wird es ein Audient ID.4. Als Kopfhörer verwende ich die Biodynamic DT880 Pro zu mischen. Damit fällt selbst der kleinste Fehler im Ton auf. Wenn es also genau sein muss, dann benutze ich die Kopfhörer. Für meine Off-Texte, also das, was ich hier gerade einspreche, benutze ich das Rode NT1-Mikrofon. Das klingt recht neutral und ist super rauscharm. Für eine angenehme Arbeitsatmosphäre sorgt bei mir indirektes Licht. Dazu habe ich einen Philips Hue Lightstrip an der Unterseite des Hängeschranks befestigt. Mittlerweile habe ich den Lightstrip in eine Abdeckung gesetzt, damit mich die LEDs nicht blenden. Kleiner Tipp, beklebt die Leiste mit Alufolie, um das Licht zurück auf die Wand zu reflektieren und damit es nicht durch das Plastik hindurch scheint. Auf dem Schreibtisch sorgt die BenQ Screenbar Halo für die nötige Beleuchtung. Seit Jahren verwende ich schon die normale Screenbar. BenQ hat mir mit der neuen Version also nochmal ein Upgrade spendiert und auch hier wieder der Hinweis, dass mir das Produkt von BenQ zur Verfügung gestellt wurde und ich diesen Part deswegen als Werbung kennzeichnen muss. Aber auch hier hatte BenQ keinen Einfluss auf das Video. Die Screenbar Halo ist nun etwas größer und hat auf der Rückseite eine Lampe, die für indirekte Beleuchtung sorgt. Das mindert im Dunkeln den Kontrast zwischen Display und der Wand, was definitiv angenehmer für die Augen ist. Die Lampe scheint nicht auf den Monitor, sondern nur auf den Schreibtisch. Die Farbtemperatur und Helligkeit lassen sich jetzt über einen separaten Controller einstellen. Der hat das wohl flüssigste Drehrad, was ich je gesehen habe. Leider reagiert der Touch-Controller nicht direkt bei jeder Eingabe, was auf Dauer wirklich nervig ist. Außerdem muss der Controller immer erst eingeschaltet werden, um den zu benutzen. Ich muss also immer zweimal tippen, um das Licht einzuschalten. Ein Annäherungssensor, der den Controller einschaltet, wäre hier besser gewesen. Beide Lampen lassen sich unabhängig voneinander ein- und ausschalten und eine Automatiktaste gibt es auch wieder. Die passt die Helligkeit und Farbtemperatur auf die Umgebung an. Auf der linken Seite habe ich noch eine Lochwand von Ikea angebracht, um Werkzeuge, Kabel und sonstiges Zeug unterzubringen. Die Pflanzen sorgen für ein gutes Raumklima und bringen etwas Farbe in den Raum. Darunter befindet sich noch mein Drucker und ein kleiner Schrank, in dem ich die ganzen Ladegeräte untergebracht habe. Und eine Etage tiefer tummelt sich mein Router und die zig Hubs, die sich mit der Zeit so angesammelt haben. Insgesamt bin ich schon echt zufrieden mit dem Raum, aber hier und da gibt es immer etwas zu verbessern. Wie gefällt euch mein Setup? Was würdet ihr ändern? Oder habt ihr vielleicht Ideen? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und insgesamt wird sich an meinem Setup definitiv noch einiges ändern. Ein Update-Video dazu kommt auf jeden Fall. Und in diesem Video hier habe ich mein 4K HDR Heimkino vorgestellt. Schaut da also unbedingt vorbei. Das war's von mir Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.